Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu PanzerCore 2 in der Ghazala Mission. Wir machen hier weiter, sind eigentlich kurz vor einem Rundenwechsel. Ich habe jetzt gerade schon den Speicherstand eine Runde weiter gespielt und habe mir die Pioniere rausgeschossen. Und das eigentlich mit keiner großen Gegenwehr. Ja, jetzt ist gerade die Frage, wie ich das verhindern kann. Ja, die stehen da ziemlich exponiert, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er da so krass ran... Also, was heißt krass? Noch nicht mal mit viel, aber er kommt mit einem Panzer plus Infanterie. Und obwohl hier eine Puck im Background steht, sind sie dann weg. Ähm, was ich jetzt versuchen kann, ich meine, der Italiener hier, das ist keine Kernarmee-Einheit. Das heißt, den könnten wir jetzt opfern, indem wir ihn einfach hier davor stellen, in der Hoffnung, dass er ein bisschen den Köder spielt. Wobei ich mir halt nicht sicher bin, ob er den Köder dort spielen wird. So, den Panzer hier würde ich gerne nachführen. Hier oben haben wir geschossen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich habe leider ansonsten keine großen Möglichkeiten, hier noch irgendwas zu machen, weil alle Einheiten schon gezogen haben. Außer jetzt die Grenadierer noch ran zu ziehen. Das ist ja noch beschauter. Ja, genau, er kommt mit dem Panzer. Ach krass, der überlebt das sogar. Und er will halt... Also, krass, das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier die Pioniere zurückziehen. Das war ein Fehler von mir. Wobei das jetzt natürlich auch auf mangelnde Aufklärung mitliegt, weil wir einfach nicht wussten, was da steht. Also, Learning ist, Infanterie nicht einfach nach vorne führen. So, jetzt haben wir hier... Zwei Infanteristen. Die haben sich echt aus den Städten rauslocken lassen. Der Panzer alleine wäre noch nicht mal das Problem gewesen. So, der nachgeführte Panzer kann eigentlich mal... Direkt dorthin gehen. Jetzt haben wir hier noch diese Artillerie, die da im Moment... Krass, die Scouts reiben sich da auf jeden Fall komplett auf. Der hier... Den könnte man eigentlich... Warte mal, wir machen... Das ist ein 4F. Das ist ein 3J. Das ist ein 4G. Ich mache jetzt... Hier erst mal zu. Ach, jetzt kriegt er den Overrun und nicht das... So, die Stadt zählt ja bestimmt wieder als Closed Terrain. Also, ist es da schlecht, jetzt einen Panzer aufzustellen? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was ist das hier? Das ist eine 6Finder. Wir müssen mal gucken, wie wir die Artillerie jetzt aufstellen, dass wir... Diese Roradi hier war scheiße. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich merke gerade, dass das wieder... Gebt er den Overrun trotzdem hin? Ja, tut mir leid. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich habe gerade das Spiel neu geladen. Wollen wir mich ein bisschen konzentrieren hier. Ähm... Die Infanterie ist eigentlich das größere Problem, weil wir hier jetzt aktuell... Wir kommen auch mit dem Flugzeug nicht ran. Das ist so der Punkt, oder? Nee, er kommt nicht ran. Er kommt ran und er kommt noch ran. Minus 3, okay. Dann schicken wir ihn mal auf den... Panzer. Und ihn auf die Infanterie. Aber vorher mal bitte noch... Wow. Ähm... Der Panzer ist immer noch... Voll einsatzbereit. So, mehr oder weniger. So, ähm... Ihn auf die Infanterie. Warte mal. Er macht Minus 3 auf die Infanterie. Wir wechseln mal die Position, weil das der stärkere Panzer ist. Äh... Ach Mist, der kann doch nicht. Der ist doch angezogen. Äh... Dammit! Hm, 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 hm. Warum kriegt der so viel Damage von der Infanterie? Gewaltmarsch. Nahkampf. Warum kriegt der Panzer, wenn er die Infanterie angreift, so viel Schaden? Das ist interessant. Ähm... Ich überlege nämlich gerade, ob wir... Könnten auch ihn da hinsetzen. Wartet mal, ich überlege gerade, wie ich es am schlauesten mache. Ihn da hin. Und den Panzer... Und den Panzer... Dorthin. Ach, der kriegt Unterstützung von der Pack. Alles klar, verstanden. So, jetzt haben wir hier oben den Panzer. Den könnten wir noch einmal angreifen. Wir könnten erst mal den Scout als Unterstützer da noch kurz mit ranführen. Dann kriegt nämlich, ähm... Die Frage ist, gehen wir auf den Panzer? So, ihn ziehen wir einmal vor. Hier können wir nicht ran, wegen der Sechsfinder. Das ist gefährlich. So, die Art hier kann auf den... Hä? Der Scout in der Stadt. Der Scout in der Stadt. Äh, 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 hier haben wir noch Wehrmacht, Grenadierer. In engen Gelände richtet sich der Beschuss dieser Einheit gegen den Wert, Verteidigung, Nahkampf der feindlichen Einheit. Ich überlege gerade, ob wir den Flugplatz jetzt einnehmen. Aber wir müssen eine andere Einheit in die Stadt stellen. Der Scout dort ist nicht die richtige Einheit. Der Scout ist nicht die richtige Einheit. Das müsste eine Infanterieeinheit übernehmen. Komm, wir versuchen das mal. Ist das die... Ah, ne, das... Ah, sch... Scheiße. Die muss da hin. Und er geht... Da hin. Damit er Supportfeuer kriegt. Der kann gerade eh nicht viel machen. Und sie kann eh nur eine... Warum habe ich das jetzt nochmal gemacht? Weil das die Artillerie ist mit dem schnellen... Mit der schnellen Einsatzbereitschaft. So, und die Art, die kann nur ein, zwei davor, um überhaupt schießen zu können. Jetzt würde ich gerne mit ihr erstmal hier die Infanterie... Der Bomber... Sehr gut. Können wir noch einen Jäger mit zur Unterstützung schicken? Oh, scheiße, ne. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er jetzt auf einmal wieder Jäger hervorzaubert. Ansonsten können wir das Ganze gleich nochmal komplett neu laden. So, ähm... Die Infanterie sollten wir dort nicht angreifen. Oh, geil. Der könnte sich hier einen Overrun sichern. Ne, leider nicht. So, er hier... Da ist die Frage. Greifen wir jetzt nochmal den Panzer an? Oder den Panzer hier oben? Okay, wir zwingen ihn zum Rückzug. Sehr gut. So, jetzt. Was stellen wir denn in die Stadt rein? Nein, der Scout zieht sich erstmal zurück. Und wir könnten hier die Infanterie in die Stadt reinstellen. Die hat jetzt Deckung von der Artie. Hier haben sie die Pack-Unterstützung. Hier haben sie die Mörser-Unterstützung. Äh... Und wir könnten jetzt aber schon mal anfangen, Flugzeuge da hoch zu verlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt alles so optimal gespielt war. So, jetzt müssen wir eigentlich nur drum betteln, dass er keine Jäger nochmal nachführt. Krass, wir könnten die sogar da hochführen. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich zugeben. Aber viel mehr können wir jetzt hier aktuell nicht machen. Den Scout füllen wir mal ein Stück nach, damit der... Einsatz bereit wäre für die... Für den Angriff. Er wertet seine Einheit wieder auf. Ah! Scheiße, er kann von da drüben mit seiner Flak hierher schießen. Äh! Gut, zum Glück hat er jetzt nur... Einmal Damage gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach du Kacke! Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir die Flugzeuge immer unterwegs haben. Während des Rundenwechsels. Die Flak kann drei Felder weit schießen, ja. Das heißt, die kann uns da unter Feuer nehmen. So, wir haben hier eine Pack, die ist ekelhaft, weil die nämlich ekligen Supportfeuer bietet. Und die ist eingegraben. Dafür hätte ich jetzt gerne ihn hier. Und er kommt dort verdammt nochmal nicht hin. Oh, aber er kommt hin. Okay, besser als gar nichts. Wartet mal, ich schicke das mal. Ich will mal testen wegen der Artalerie, ob die noch Unterdrückung macht. Ja, macht ja. Okay. Du kriegst ein Flugzeug als Unterstützung. So, die Flak. Die müssen wir als nächstes unbedingt angreifen. Ähm, das ist jetzt unser, sollte unser Hauptziel sein. Also, ich glaube, Ziel ist es, den Panzer rauszukriegen und dann so einen kleinen Schwenk nach Norden zu machen, dass wir mit den beiden Artalerien hier die Flak auf Unterdrückung kriegen. Und dann mit unserem, ähm, großen Bomber. Der kommt da aber nicht hin. Eventuell. Er würde von hier oben hinkommen, aber. Ach, das geht. Ich glaube, er kommt von hier oben auch dann da hin, weil ich glaube, die Flak macht auf dem, die macht eher nur Unterdrückung, als dass die richtig Schaden macht. So. Jetzt müssen wir mal kurz hier überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Die hat ja noch eine Kampfstärke von 4. Wir könnten, ah, die können sich nicht deployen. Die können sich deployen. Aber das hier ist halt, wartet mal, haben wir noch was, was wir da, wir können die noch auf den schicken. So, und jetzt? Immer noch nicht. Ah. Kann die auch? Nee, kann sie nicht. Ähm, wir gehen mal mit ihm dahin. Mit ihm dahin. So, die Infanterie. dahin. Er geht. Hey, hey, hey. Er geht mal bitte dahin. Jetzt kann, wir mal kurz überlegen. Jetzt kann man eine Art hier auf jeden Fall erst mal nachziehen. Jetzt haben wir wieder bestimmt das Problem, dass, ähm, er sich zurückzieht. Jo. Nicht gut. Ich mache das jetzt, ich, ich verbuche das jetzt wieder unter Lerneffekt. so, dann können wir, die hier ist auch eingegraben. Wir müssen es irgendwie managen, dass wir, genau, dass wir das so machen. Äh, und eine dann nach unten führen. Wir lassen mal die Infanterie anhalten. So, dem Panzer hier. Der geht da hin. Die Pack deckt hier gegen den Panzer. So, sie kann da angreifen. Er kriegt halt immer noch, da, die Pack, brauchst du gar nicht angreifen. Das ist, ähm, die Infanterie könnte das tun. Die kriegt nur, guck mal her. Zwingen sie da zum Rückzug. So, gegen die Pack uns jetzt zu stellen, wäre natürlich totaler Blödsinn. Wir ziehen die Artillerie hier mal nach, falls er hier jetzt mit was Weichem reingeht, dass wir dort was machen können. So, hier haben wir jetzt noch den Panzer. Ähm, guck mal, da können wir sogar uns den Bonus noch holen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Artillerie kann noch einmal, schießen. Die kann mal hier hingehen, dann kann sie auf den Panzer schießen. Damit kriegen wir hier 0, minus 6. Nehmen ihn zwar nicht raus. Der Scout kann die Infanterie rausnehmen. Zieht sich danach wieder zurück. Und jetzt haben wir noch die Artie hier oben. Und die ziehe ich dorthin. Und dann kann die nämlich schon mal anfangen, dort die, äh, Flak zu bewirken. Dass wir dann mit dem Mörser oder mit dem 17er und der Artie hier auf die Flak gehen können. Wenn das jetzt wieder seine Einheiten aufwertet, soll er das tun? Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das sind seine Prestigepunkte. Wir stehen hier eigentlich ganz gut da. In der nächsten Runde werden wir uns die, äh, die, äh, die Stadt hier unten holen. Und jetzt könnten wir mit dem Flugzeug eigentlich mal noch versuchen, den Panzer hier raus zu bekommen. Das schafft das Flugzeug sogar. Optimal. So, dann haben wir eigentlich bloß noch die Pack. Und da gehe ich jetzt mal Risiko. Er wird mit der Pack nicht die Infanterie angreifen. Und dann haben wir den Vorteil, dass das auf den Nahkampf, äh, Wert geht. Und der ist bei der Pack nämlich null. So, hier die Pioniere ziehen wir mal noch nach. Der Scout zieht nach, dass er unterstützen könnte. Hier oben machen wir unseren obligatorischen Schuss. Der Bomber kann dann vermutlich bis zur der Flagg schießen. Wenn wir sie weit genug unterdrückt haben, ist das ganz gut, dass er dann auch noch weiter die, ähm, die Verschanzung senken kann. Und damit wir da irgendwann mal rankommen, dass wir ihn richtig kaputt machen, die Flagg. Ähm, wobei wir auch erst versuchen könnten, natürlich auf die, auf die Pack hier zu gehen und dann mit dem Panzer direkt die Flagg anzugreifen. Mal gucken, was er uns jetzt hier entgegenwirft. Oh, guck mal. Das wird sich auch angreifen. Macht zwar jetzt kein Damage, aber besser als nichts. Das sieht alles okay aus. Die Lücke hier ist ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass er hier ankommen wird. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn, werden wir es sehen. ist es wieder mal ein Learning für uns. Gut. Ah ja, er führt noch einen Scout aus. Ach nee, kein Scout, sondern Power. Okay. Hallo, Flugzeug. Ähm, Anti-Air von Süden und nochmal einen Bomber, der uns hier den Panzer jetzt natürlich, das muss ich leider reparieren, obwohl ich das nicht unbedingt will, aber so, der Bomber Alter, ehrlich, ehrlich jetzt. Gut. Ähm, die Infanterie hat immer noch das Problem, dass sie halt gedeckt wird von der Pack. die kommt gar nicht ran, die kommt da nicht ran. Diese kleine 20 mm dort, die nervt. Die Frage ist, was wir jetzt als erstes angreifen, ob wir jetzt die Pack angreifen. hat sich ergeben, okay. so, jetzt, äh, mal gucken. Okay, er zieht sich da erst mal zurück. Jetzt könnten wir hier sogar der kann sich einen Overrun hier holen. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir uns jetzt hier wieder vernünftig aufstellen. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen durcheinander geraten. so, wir haben hier die Artillerie in der Stadt stehen, darum uns relativ gut positioniert. Das kann eigentlich sogar so stehen bleiben. Wir müssen nur gucken, wie wir den Panzer, wo wir den Panzer jetzt hinführen, dass wir jetzt hier wieder ein vernünftiges Standing haben. Ich gucke jetzt gerade mal kurz. Der Bomber. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Zum Verlegen kann der Bomber durch den Kriegsnebel fliegen. Aber nicht, wenn es darum geht, ein Ziel anzugreifen. Was für ein Scheiß ist das denn bitte? Wer hat sich denn den Trottelmist ausgedacht? Das ist natürlich jetzt richtig zum Kotzen. Ich hatte gedacht, ich kann den von da oben aus einsetzen. Ich probiere jetzt mal was. Zur Not machen wir das wieder rückgängig. Ne. Gibt einen Damage. Das gefällt mir nicht. Obwohl die Prognose eigentlich auf Unterdrückung war. Und nicht auf Damage. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Wir müssen erstmal die Pack dort raus rotzen. Bevor wir uns um die Artillerie kümmern. Okay. Der Panzer das ist ein Crusader MK2. Also unsere Panzer 3J haben tatsächlich schon große Probleme gegen den. Jetzt könnten wir versuchen erstmal ihn noch ein bisschen weich zu klopfen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir Panzer in die Stadt. Das gefällt mir nicht. Aber da werden wir nicht drum rum kommen. Er hier macht deutlich mehr Damage. Er macht 5 Schadens Punkte. Wir können ihn aber auch da hinsetzen. Können wir ihm da den Rückzugsweg abschneiden. Er zieht sich nach da oben zurück. Okay. Aber was für Gelände. Auf Close Terrain. Ich kotze im Strahl. Du blöder Hund. So wartet mal. Das machen wir. So. So. Jetzt kann sie nochmal angreifen. Macht natürlich kein Damage. Problem ist, dass er Unterstützung von der Pack kriegt. So. Die Pack dahin. Die Infanterie davor. Braucht noch irgendwas, was da deckt. Ich hab nichts, was da scheiße. naja, ein Scout. Ich weiß bloß nicht, was der uns da wartet mal. Wir haben ja hier noch ein Fliehzeug. Wir können ja mal kurz looky looky machen. Oh fuck my life. Das ist gerade alles scheiße. Er hat hier noch einen Cruiser. Er hat hier noch einen Stuart. Und er hat noch einen Scout. Okay. Ja, okay. Also ich das ist nicht gut. Wir könnten das jetzt jetzt. Hm. Stelle ich den Scout hier davor mit der eigentlichen Sicherheit, dass er hier jetzt angreifen wird und mit dem Scout runterschießt oder lasst die Lücke hier offen und soll er doch halt soll er halt die Packen der Stadt angreifen soll er halt machen weißt du, also die Pioniere da aufs offene Feld zu stellen ist glaube ich nicht das Gute eine gute Idee er wird auch glaube ich nicht bis hier an die Stelle von der Artelarie kommen ich probiere das mal aus es ist nicht optimal, es ist mir durchaus bewusst es ist nicht, 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 nicht gut ähm, und hier unseren Langstreckenbomber oder besser unseren strategischen Bomber den alter, willst du mich verarschen? er kann jetzt noch nicht mal sich verlegen fuck fuck verdammter fuck scheiß so warte mal ähm das ist keine Kernarmee-Einheit das ist mir jetzt ehrlich also, also ehrlich warum konnte ich ihn warum, warum, warum geht das nicht? warum kann ich ihn nicht ver- ach okay ja, 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 ja ähm er kann hier nicht hin verlegt werden weil das ja kein großer Flugplatz ist ach, ja, dafür brauchen wir den hier okay, gut das hatte ich jetzt übersehen also, ich kann ihn doch verlegen habe ich mich jetzt umsonst aufgeregt ich hatte nur, äh, nicht bedacht dass das hier nicht der richtige Flugplatz ist okay, gut kein Problem, alles alles gut keine Panik es ist nichts passiert die spannende Frage ist was passiert jetzt hier eigentlich so, wir führen, ähm die mal nach falls wir sie brauchen ach, schau ich bin wieder am Start oh, das ist ein Pack au 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 jetzt ist es schon zurück okay, also was zur Hölle das hat also einerseits das ist wieder so ein so ein Lernmoment das Flugzeug jetzt hier vorzuführen ne, gegen den, ähm Anti-Air den haben wir glaube ich gar nicht gesehen den hat er ja gar nicht, ähm den haben wir gar nicht aufgeklärt gehabt das hier oben ist okay das habe ich erwartet das hier unten ist nicht okay das habe ich nicht erwartet zumal der da jetzt auf High Ground steht und er hat eine verdammte einen verdammten, ähm Pack 2 Fünder da jetzt nachgeführt der ist zugegeben nicht mega effektiv gegen unsere Einheiten aber, ähm das Problem ist eigentlich er hier auf High Ground richtig ekelhaft und wir haben jetzt hier unten auch keine Art ich habe mich hier ein bisschen in ein kleines Chaos verrannt und das ist auch durchaus kritikwürdig denn ich habe mich jetzt nicht auf eine auf ein was konzentriert sondern ich habe meine Truppen quasi aufgesplittet und das ist nicht gut gewesen jetzt zumal ich jetzt hier halt gegen immer noch gegen diese Pack Kämpfe und das ist jetzt wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen konzentrierter hier vorgehen vor allen Dingen ein bisschen uns fokussieren die Frage ist doch ist jetzt Tobruk einfach so wichtig dass wir es jetzt einnehmen müssen oder oder halt nicht welcher Artillerie war das die direkt schießen kann das war die ok dann dass der mir da die Infanterie echt so krass runterballert das habe ich jetzt echt nicht erwartet wir gehen als erstes auf die Pack so und dazu holen wir uns aber jetzt hier Unterstützung ok der Scout kann so noch eins oder wir haben die noch ah perfekt so dann zählt der als Panzer nein nein auf den doch nicht du blöd Mann auf den hier genau und jetzt können wir nämlich wartet mal macht er nur Unterdrückung wo ist denn unser ach hier ja gut ok kommen wir nicht ran dann ah cool hat er jetzt Damage bekommen so damit ist der gefährliche erstmal raus ich lasse den Scout jetzt hier stehen ich ziehe die Arti nach jetzt haben wir das hier unten zumindest einigermaßen in den Griff bekommen so jetzt müssen wir uns um das Chaos hier oben kümmern und ich glaube da wäre jetzt erstmal angebracht einen taktischen Rückzug zu machen weil das ist mir hier alles ein bisschen zu heikel die Frage ist wie wir uns da aufstellen so wir können den mal dahin 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 die pack bitte äh dorthin der Scout kann ja ne brauchen wir eigentlich nicht so die Infanterie ich will jetzt ehrlich gesagt nicht noch eine Infanterie hier verlieren ähm die geht auch mal komplett zurück und der Scout stellt sich mal bitte dahin so damit haben wir uns erstmal wieder auf eine vernünftige Linie hier zurückgezogen die gehen auch mal dahin zurück und ich glaube nicht dass er von hier oben bis hier hinkommt das kann ich mir nicht vorstellen so dann soll er doch mal ankommen er maximal was er machen kann ist halt hier jetzt rein zu pushen kriegen die Flugzeuge irgendein ach guck mal ihn kriege ich raus ist noch ein Scout hier oder was ein Dingo ja gut wobei was hat denn der für eingeschafft schnelles Feuern unterdrücken ne ne das ist mit das sorry aber das schön den rauszukriegen aber das ist nicht die Prio ich würde sagen das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an ähm nicht unbedingt optimale Folge das ist mir durchaus klar das ist ähm kritikwürdig auf jeden Fall Fehler ist hier einfach gewesen jetzt hier arrogant und leichtsinnig die Einheiten aufzusplitten ein push nach Süden zu fahren sondern irgendwie den Gedanken zu haben easy peasy jetzt Tobruk einzunehmen was absurd ist wir sollten uns glaube ich erstmal auf die beiden optionalen Ziele konzentrieren dann haben wir auch nicht mehr das Problem dass er uns jetzt hier irgendwie aus Osten her nervt sondern können wir uns in aller Ruhe um Tobruk kümmern und dann am Ende auch aus zwei Richtungen um Gazzala das ist so ein bisschen das Fazit hier ähm da waren jetzt ein paar Verluste dabei die waren auf jeden Fall überflüssig das ist mir durchaus klar wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube das sind Iwenda, Xunam, 122er, Danny, Parsifal, Kulle und Ködö und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos macht's gut, ciao, ciao euer Oher Oher